Ich bin Henrike und ich mache beim Kraftfutterwerk Mittelweserheide meine Ausbildung zur Verfahrenstechnologin in der Mühlen- und Getreidewirtschaft. Hier kann ich mein technisches Interesse und das Interesse an der Landwirtschaft perfekt verbinden. Ich schaue zum Beispiel, dass die Ware dahin kommt, wo sie auch hingehört. Vom Schiff oder LKW über die Silos bis zum fertigen Futtermittel. Und außerdem gibt es hier echt viele Maschinen. Die müssen alle überwacht und regelmäßig gewartet werden. Das ist wichtig, um später hochwertiges Futtermittel für die Landwirtschaft zu erhalten. Wenn ich mal nicht weiterkomme, kann ich mich auf ein tolles Team verlassen. Faszinierend, wie vielseitig die Raiffeisenmitte ist. Und wann bewirbst du dich?